Musik So, ich bin zurück. Ähm, okay, das brennt hier vor sich hin, gut. Hm, Tür hab ich. Wir wollten jetzt mal ein bisschen in die Sandfarm gehen, da hab ich genug Schaufeln. Na, ich denk mal zwei reichen nicht, aber wir werden erstmal Zweifel brauchen. In der Nacht ist das jetzt irgendwie ein bisschen unschlau. Äh, hier jetzt irgendwie ein bisschen zu farmen, aber was soll's. Wir haben ja genug Essen und Proviant dabei. Jetzt werden erstmal Chicks braten gehen. Ich hab noch genug Holz, deswegen mach ich mir jetzt erstmal daraus ein paar, ähm, Kisten. Kann ich ein paar Sachen reinräumen, ich weiß nicht was, aber... Kisten sind doch immer gut, so, okay, ja. Halt all das Zeug, was ich nicht brauche. Hm, ich könnte hier hinmachen, aber... Hm, nö, oder? Doch. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das ist... Naja, gut, das könnte ich vielleicht gebrauchen. Ach, wir können Fenster reinbringen, ne? Das können wir machen. Ist der vielleicht schlau? Die haben uns ja dreckig geklaut, also können wir die jetzt auch reinbringen. Ich würd' sagen, das wären so... Oha, wie laut. Okay, kann doch so bleiben. Ich denke mal, man hört mich einigermaßen noch gut. Wenn nicht, ist es auch egal. Ist hier nur meine Stimme? So, okay. Joa. Schickes Fenster. Wir kommen noch ein Zweier-Fenster oder ein Dreier-Fenster. Ich weiß, was sieht denn besser aus? Sieht auch ganz schick aus. Falls wir keine Fenster mehr haben, klau ich mir einfach noch ein paar Fenster. Joa, schickimicki. Hier drüber vielleicht noch. Auch wenn er keine schöne Aussicht ist und die Spinne kommt. Schnell zuhören. So. Joa. Klingt ganz schick aus. Und gleich kein Fenster mehr. Scheiße. Joa. So. Damit man mal so ein bisschen mehr sehen kann. Perfekt. Oh fuck. Jetzt können die einfach hier reinspringen, weil ich keine Fenster mehr habe. Das war irgendwie jetzt nicht wirklich schlau. Egal. Ach, ich sollte mir jetzt mal eine Tür bauen. Machen wir das mal. Mario Party ist epic. Von außen anbringen. Ich scannte erst mal wieder. Ne, doch von hier. Damit wir uns hier nicht bedrohen können, so. Das, was ich dem Boden mache, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht andersrum anbringen. Egal. Ähm. Ich schließe das mal eben. Wartet mal. So, okay. Ähm. Ich pflanze draußen ein paar Setzlinge an und holen wir erstmal die Chicken. Jetzt verbrenne ich mal ein bisschen Eisen. So. Jetzt pflanzen wir uns da draußen mal ein paar Bäume an, weil wir ja so baumarm sind. Und einfach mal so ein paar hier auf die Weide setzen, damit die schön wachsen dürfen. So, okay. Ja. Oh, ich höre ein... Oh mein Gott. Ich wollte schon sagen, ich höre ein Creeper. Obwohl, der hat eigentlich genau dieselben Geräusche oder Schritte gemacht wie hier so ein ganz normaler. Zombie oder so. So. Habe ich noch Erde? Habe ich noch Erde? Nein, natürlich. Das... Das Material, was man überhaupt nicht braucht, habe ich nicht mehr. Ist ja klar, ne? Ich habe mir überlegt, ich mache mir so einen Schutz aus Kakteen. Kann ich vors Haus so setzen. Dann habe ich auf jeden Fall... Ja. Bin ich auf jeden Fall ein bisschen mehr geschützt. Sound kommt auch noch. Kommt alles noch. Wir sind ja noch in der Beta. Nochmal Aufbauphase. Und wow. Oh je. Ich höre eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Ich habe sie auch gerade gesehen. So, jetzt können wir uns eigentlich schon einen Bogen machen. Ich sehe dich. So. Oh, noch einer. Hör mir denn jetzt einen Creeper kommen, wenn wir denn nicht. Ich wäre so gearscht. Sollte jetzt vielleicht mal... Was esse ich denn? Möchte ich erst mal... Und ein bisschen Fleisch. Das wird doch langsam morgens. Interessant. Ähm... Ja, wir füllen mal ganz voll, damit wir unsere Leben wieder... Ähm... Damit wir unsere Leben wieder auffüllen. Ich nehme gleich noch mal ein paar Kakteen mit. Einfach ignorieren. Einfach ignorieren. Soviel zu der Theorie, wenn man sie anguckt... Und wegguckt... Dass die einen angreifen. Es stimmt nämlich gar nicht. Wenn man in der Nähe von denen ist, dann werden die aggressiv. Dann greifen die einen an. Dann teleportieren die sich auch. Aber wenn man sie jetzt von hinten weit anguckt... So... Dann wegguckt... Dann greifen die einen doch an. Aber nur wenn sie einen angucken. Ich hasse sie, ne? Ich hasse sie. Wo bist du? Du Asshole. Da ist es, da ist es. Da ist es. Komm hier. Komm Platz. Platz. Explodieren, meinte ich. Ja. Eigentlich sind Endermans übelst du schwach, aber... Naja. Sind mal nette... Mops. Oh mein Gott. Ich brauche sehr viel Sand. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oder das Dach mache ich aus Sandstein. Nö, das ist doch auch mal ein schickes Haus. Unser kleines, schönes Sandsteinholzhaus. Mein Kopf kostet auch Geld. Und der Satz war geklaut. Mh... 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 Na, geht. Ich habe jetzt mal einen Kaktus. Und ja, ich weiß, dass die Messer von... Kaktus, Kakteen sind. Das weiß ich jetzt mittlerweile. So viel brauche ich jetzt zwar nicht, aber man kann... Weiß man nie, man könnte sich mal ein paar mitnehmen, ne? Ja, 17 reichen. Warum nicht? Und was, Hölle, ist das? Oh mein Gott, was haben die denn da gemacht? Also da bin ich jetzt neugierig. Aha. Sandstein könnte ich gut gebrochen. Interessant. Ne Cave oder was? Ja, das ist doch mal nice. Aber erstmal will ich den Sandstein haben. So. La, 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 la. Sand kann von mir jetzt runterfallen, das ist mir so weit von scheißegal. Sag ich, mein Sandstein, da bin ich glücklich. So. Okay. Kann ich mir auch gleich eigentlich nur aus dem Sand... ...Dingens machen hier. Wie nennt man das gleich nochmal? Komm, sag schon. Fenster, genau. Ah, einen Spitztag hab ich noch. Hab ja Glück gehabt. Okay. So, wie viel hab ich denn jetzt? 37. Dann bundeln wir uns erstmal wieder hoch. Wir erkunden die mal später. Also ich hab dir jetzt noch keinen Nerv zu. Kommt alles noch. Ich muss mir erstmal hier ein vernünftiges Haus bauen. Ich baue erstmal ein Bett. Wenn wir hier mal Schafe finden würden. Oh, das mach ich hinsetzen, ey.